Darf ich die Aschura-Suppe essen, wenn meine Mutter Tante das macht, aber ich weder an diese Bitter glaube noch sonst was, die schmeckt einfach gut. Wenn es nicht an diesen Tagen ist, von diesen Festtagen, dann ist inshallah kein Problem. Wie zum Beispiel eine Person isst Spekulatius oder wie heißen diese schwarzen Dinge? Nein, Lebkuchen. Er kennt sich aus. Diese Lebkuchen irgendwann im Frühling oder so, was nicht mit Weihnachten zu tun hat, dann ist inshallah kein Problem.